Das Departamento de Corpen-Ecke liegt im Osten der Provinz Santa Cruz im Süden Argentiniens und ist eine der sieben Verwaltungseinheiten in der Provinz. Es grenzt im Norden an das Departamento de Macalanes, im Osten an den Atlantischen Ozean, im Süden an das Departamento de Guer-Ecke und im Westen an das Departamento de Lago Argentino. Die Hauptstadt des Departamento de Corpen-Ecke ist Puerto Santa Cruz.